Hallo zusammen, willkommen zu Zürich, willkommen zu Balcony TV, willkommen zu Montsteinen Ensemble. Sind Sie bereit, zu rocken? Ja! Okay, dann fahre es weg, Spaß! Untertitelung. BR 2018 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 sewIN' »Der HKDM, es ist eine Musik-School, Jazz-School. Und ich habe andere Leute, wie Gina und Jonas, in der Youth Symphony Orchestra von Zürich. Wir haben eine Tour zusammen in Taiwan und Singapur ein paar Jahre später. Impressive, nice. Das ist cool. Und jetzt, deine educational-musical-Karriere, wo hat sie angefangen? Well, als ich fünf war. Aber später habe ich Musik studiert. Ein Jahr, als ich sagte, habe ich meinen Bachelor in Freiburg, Breisgau, Deutschland. Und dann habe ich meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Ich habe gestern, am ZDK in Turnier-Real in Zürich. Oh, Celebration! Champagne-Showers! Later on, wir werden das machen, definitiv. Congratulations, amazing. Und ich denke, du bist derjenige, die Musik zu schreiben. Wie werden die Songs evolfen? Ja, well, mostly I write them and sometimes we write them together with Robert or, yeah, or sometimes even he brings a song into the band. Most of the songs are from me and I get inspiration. Sometimes it's funny when I'm driving car and I'm alone or when I'm in the landscape, like the song it's called Landscape and I have time to think about stuff, yeah. Ah, well done. You do a good job, no? And now, if we look into the future, what can we grab there? Any future plans? Yeah, there will be a concert, a full concert at the Club Exil in Zürich on the 20th of October this year. And next year some other concerts, maybe in Germany as well. And there will be a CD. And if you like the song, you can get it at iTunes and stuff like that. Okay, definitely. Again, the title of the song that we find it? Landscape. Okay, Landscape. Stay tuned. Yeah, I would say that's it. And see you soon. Thank you so much for being here, all of you guys and for bringing up those instruments. And yeah, thank you also, Valkonin TV Watchers and see you soon. Bye bye. Bye bye.